Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen, heute mal zu Last Chance, Big Deal oder Mega Deal. Wie ist die Idee gekommen? Damals 1989, Batman, Batman, der Film mit Michael Keaton und Tim Burton. Von Tim Burton mit Michael Keaton oder Batman Returns mit Danny DeVito als Binguin, das Batmobil. Ich habe mich die ganzen Jahre, damals 20 Jahre lang geärgert, dass ich das damals gekauft habe. Es gab die ganze Zeit keine kleinen Batmobiles, die es gegeben hat, keine richtig großen. Aktuell gibt es ja noch das Batmobil von McFarlane und zwar zwei Versionen von, von den Filmen von The Flash. Das Batmobil für 85,99 bei Mighty Underground. Habe ich schon bestellt, ein super Shop, guter Service, viel Extras bei gewesen, kann ich empfehlen. Habe ich bestellt, mal das Batmobil damals da bestellt. Das normale Batmobil, das Batmobil von Flash, das ist wie gesagt, ich kann es mal zeigen, ist genauso groß wie das Batmobil. Das ist mega groß, könnt ihr sehen wie groß das ist. Das ist richtig schön, mit Reifen bewegt, also Gummireifen richtig, man kann das Topbit aufmachen. Einziger Nachteil, dass keine Beleuchtung bin. Dieses Batmobil gibt es von, wie gesagt, Mighty Underground. Das ist von Flash, das ist sehr glänzend. Einziger Manko an dem Batmobil finde ich, diese Cockpit-Haube oben drauf, die ist farblich grau. Das fällt richtig extrem auf, finde ich. Also das ist 85,99. Wer es mag, kann er beide kaufen. Ich finde das so gesehen, perfektes Batmobil. Schön glänzend, sehr schöne Reifen gemacht. Einziger Nachteil, wie gesagt, das Cockpit ein bisschen farblich anders. Das ist nicht so schön. Dann habe ich noch ein Deal für euch, auch Batmobil von 1989. Und zwar bei Comic Crave. Habe ich auch schon bestellt damals, Batman Animated Figuren vor 10, 15 Jahren. Und zwar das Batmobil, 119,99 Euro, 119 Euro, so mit dem Dreh. Und zwar, das Vorteil an diesem Batmobil, das habe ich bestellt, das gleich habe ich auch. Das Batmobil ist matt. Die Haube fällt nicht so auf, farblich kann man sagen, ist eine Farbe, kann man sagen. Das ist sehr schön gemacht. Es ist halt matt und nicht so glänzend schwarz, wie das andere Batmobil. Und der Vorteil daran ist, man hat natürlich Michael Keaton dabei, der Batman aus dem Film. Ist die ganz richtig umgesetzt, sagt nur der Kopf bewegbar. Wissen ja alle, dass Michael Keaton den Kopf nicht bewegen konnte, dass er steif war. Und Christian Bale, der erste Batmobil, den Kopf bewegen konnte. Wissen wir alle noch. Wie gesagt, das wollte ich euch vorstellen, die beiden Top-Deals, wer noch kein Batmobil hat. Es kann sein, dass du in 5 Jahren denkst, hätte ich mal gekauft, kostet 200 Euro, 300 Euro. Wie gesagt, das ist ein sehr schönes Batmobil. Einziger Nachteil persönlich finde ich daran keine Beleuchtung drin. Und wenig Action-Feature. Hätte man machen können, auch bei den Batmobilen, zum Beispiel hier die Maschinengewehr rauskommen noch. Und der Tankdeckel fehlt. Und hier sind so kleine Details, die da fehlen bei den Batmobilen. Aber so ist es ganz schön. Du musst nicht schießen jedes Mal und kannst so schnell rumfahren damit. Das ist meine Empfehlung für euch. Dann sage ich mal noch einen schönen Abend und bis bald. Ciao.